Jolo und jetzt willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, mit dabei ist der liebe Willkommen, ich bin gerade lieber auf 2 mit ihm und wenn ihr wollt könnt ihr auch bei ihm vorbeischauen, Links ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Filt's gerade nicht. So, stream mal bitte. Ich habe den Link von mir. Dann kriegst du noch so 1000 Zuschauer von mir. 1000, ja wahrscheinlich. Ist das Triploss? Nein. Kannst du mal kurz das den Nachwuchs gucken bitte? Backpacks, Kratlin, Feier, das ist immer 3 Mom. Okay. Ich gehe direkt auf Feierkappe. Ich habe EnjoyTaget geschrieben. Ich fick dich hat Eric Ruhr geschrieben. Das werden wir sehen. Eric, schreib dich, fick dich. Das werde ich mal sehen, Digger. Das werden wir sehen. Wir haben beide 32 Bücher, du Idiot. Die verfolgen mich hier in der Cave. Ich habe einen Spawner, wenn ich jetzt ein Buch finde, ne? Ich habe vier Buch Schäfer. Wir haben ja erstmal EnjoyTaget. This one, Digger. Fie sind an der Kiste. What? er wird sich alle sagt er fickt mich bums und auseinander ich hab den immer gebumst bis jetzt willkommen ist gut aber du bist ein keck guck mal ich habe jetzt geschrieben wir haben noch zuckerrohr noch schnell bitte haben wir haben 13 bücherleger gerade schon wir haben richtig viel wir sind richtig sektisch was ernst wir werden richtig steckt sein wir werden haufer da locker zu border gehen zu ersten oder zu zweit oder schab vier wir werden mindestens bei 1 davon haben oder wir haben wollte zu dir geschrieben willkommen ist gut aber du hast es labert er gleich schuppert er wird sich alter da ich würde ja ich würde ja ich würde ja mein chef die was auf jeden fall schon mal gesichert oder ich muss erst mal hier durchgucken ob ich hab die jetzt nicht jeder erst zuerst bei mir ist jemand an der kaffee boxen direkt nimmt bei mir ist nämlich so ein eric go in der cave so ein huren so ein guck so ein eric 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 der keine freunde hat genau mach schon mal hier der immer noch mit seinen kindergartenbrüdern spielt was genau was wahrscheinlich immer noch barbie mit seinen scheiß schwester alter wer ist dann gewohnt habe die achtjährige habe noch mehr die es ich habe am enchant ich mache direkt den charakter ich weiß habe bin immer so einer ich mache immer 15 minuten ist entscheidend ich mache jetzt direkt den charakter haben wir direkt entscheiden sie ganz perfekt perfekt das ist mal leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal mit dabei ist der liebe wohnung ist heute ich habe es ist ein bisschen zu ich streame bei mir steht aber dass ich auch schon bin dass mein leben aktualisieren direkt ein zuschauer und das bin ich nicht schlecht dass es selbst die größten ball kann sie werden die größen die größen der war der waren feindes mal ein doch das ist wie viel bücher hast du gerade noch hast du gerade 13 12 leben und so anders deckt ich entscheide schon ein paar bücher ok erstes buch erstes buch stärke ich hast mein leben schärfe ok effizienz ok effizienz schärfe bitte nicht so schön schrägen danke schärfe die bücher die ich habe ich habe noch nicht ein schutzbuch bekommen ich habe noch sechs bücher ist es so dermaßen lächerlich ort wir werden so an das sechste border gehen aber egal wir haben wir haben 4 und kummer und schon wenn er jetzt richtig kriegst du bekommst kann kann es mir ist immer noch eins abgeben also ist es nicht naja hast du schon ein paar gaps gefahren oder ich habe ja schon dritt fünf gab es also durch entscheiden die letzten bücher dann habe ich noch eins über mich einer nike vorwarte irgendwie nike für irgendwas nike für karo oder so digga ich glaube das gut schärfe buch noch mal also ich habe hier auf jeden fall schon mal effizienz geben wenn ich bin ein sterf ich habe noch nicht einfach bekommen beim ist einander cave beim ist einander cave es ist so lächerlich schärfe schutz ok ich kann mir zwei mal ich kann mir schon mal so an aber wo bist du sagen kurz ein paar und auch du bist nicht bei mir beim ist aber das mein leben jungen noch nicht mal one piece ist so schlecht wenn ich jetzt die kämpfe ich gehe dann einfach hochdecker ich habe keinen bock zu cave halten ich habe ich kann mir allein schon ich habe einfach ein bücher könnte ich nicht einfach hier machen also ich glaube ich habe abstab 5 ein schlück habe dann schon egal doch so ja ich kann jetzt nicht nein nicht jetzt soll ich jetzt muss essen gehen nein nein nicht jetzt habe ich habe wieder keinen hunger ist es ist schlimmer ich weiß es aber ich kann nicht dafür ich kann nicht dafür ich kann nicht dafür ich kann nicht dafür soll ich wieder hochgehen nein der lecker bei mir ist einer hä er wird sich doch aber nicht wieder im weg verfolgen dass ich gleich bin na klar der ist direkt neben mir 10% paket verlust ist das schmeckt natürlich gut das ist ja ein lecker also das schmeckt natürlich gut das ist ja ein lecker sie will sich besser kennenlernen können zu lernen dass ich nichts bewirkt hat ja wer skiski nur blasen ist viel wert skiski hä Äh? Nein. Ja. 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 Ist gut. Ja, ist gut. Ist gut, ja. Du musst mich nicht gleich anhalten. Ja, ist doch jetzt gut, hör auf mich gleich an zu drücken. Ich hab dir doch nichts getan. Was hast du für's Daff? Willkommen. Sext ihr es. Jetzt. Fettet ihr Wains. Nein. Bitte, bitte. Bitte sind es alles acht. Oh mein Gott, wir haben fast ein Lava reingefallen. Hä? Ist das feiert? Oh Gott. Hey, du musst mir ein paar Dias rennen. Du meinst seiner Bitte. Ich muss entfalten. Dann muss ich richtig rennen, neuer. Bitte. Ich muss mir ein paar Ding... Mann, lass mich doch mal kurz fahren, Mann. Du nervst. Ja, Mann. Mob mich doch nicht. Ich scheine noch nie. Hast du Strings für mich? Nein, ich hab nur ein String gefahren, weil mir ist... Der ist direkt neben mir, Digga. Der... Hast du das so perfekt? Ich hab schon ein String, also du brauchst mir auch nur eins. Oder... Ne, fahren ein paar mehr, weil dann kann ich mir Sparebots machen. Ich werde die ganze Zeit... Machst du zwei Router, ne? Ich mach mir auch zwei Router, dann fahr mir bitte drei. Drei Dings, äh... Dann brauchst du noch einen Schwanz, Mann, was? Was? Ähm, bist du schwul? Ja. Merk... Ja. 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 Ah ja. Ah ja. Ich hab ein... Ein Dier, Digga. Ich hab noch nichts mehr gefunden. Es ist so lächerlich, Digga. Digga. Ich hab keinen Bock mehr gleich. Ich lief gleich das Game mit ernst. Da ist direkt bei mir, ich bin no arme, ich hab keine, die es bis jetzt gefunden. Junge, warte doch mal, Mann, ich... Ich werde mir auch so hart, ne? Digga. Du hast ja... Du flamst die ganze Zeit rum, Alter. Digga. Er ist direkt neben mir, der ist direkt neben mir. Ich bin no arme, er hat drei Viertel die an. Willst du mich flaxen? Willst du mich flaxen? Ah, leck mir im Arsch, Alter. Ganz ehrlich. Von Mio, Kiko und dein Arschloch. Ich hab... Ich hab einfach Diers gefunden. Alter. Schisch. 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 Na hier, nimm mir die Arschung, sei leise. Oh, schmeckt natürlich gut. Hm. Hm. Hast du Ambos? Oder ein paar... Bisschen Dings? Ich hab dir jetzt alle meine Ideas gegeben, weil die ganze Zeit rumfällt. Digga. Ich brauche... Vier Eisen. Ich brauche vier Eisen. Ich brauche den Armboss, bitte. Ja hier... Vielleicht mit ganzen Stuff, Alter. Ja, ich nehm auch gleich den ganzen Stuff, Alter. Ja, ich nehm auch gleich den ganzen Stuff, Alter. Ich hab auch nix. Ich hab mich jetzt angestupst. Schuhbjotzig. Warte, will ich dir erstes, Alter. Prod of Dings? Prod of Chessbred, das ist so geil, ne? Ich lebe mein verschissenes Holgerleben. Feiersbeck! Feiersbeck! Ja im Fall, das bringt dir das sehr viel. Nein! Die Fresse! Das ist nicht feier. Das hat die Fresse, Alter. Das ist ehrlich. Willow. Diese Schubi-Anzüge. Kennen zu lernen ist nix mehr wert. Jetzt stimmt's, bringe ich mich auch rum, Mann. Ich brauche zwei. Oh Mann, ich bin so anders decken. Ja, hoffentlich bringt sie sich dann um, dann hab ich echt keine. Oder, oder soll ich einfach hochgehen, der Geist, glaub ich, geh einfach hoch. Ja, stimmt, nimm mein Stuff und geh einfach hoch, ja, hast recht, Junge. Ich hab dir jetzt nicht umsonst dir Dias gegeben, du Mannsson. Ich bin ein mittleres Hafti, ist der witzig, Alter. Mach mal Dias. Gib. Das sind meine Dias, nicht deine. Ja, bei dir ist aber keiner. Bei mir ist einer, du Spaß. Na, danke, dass ich mir auch mal sagst. Ich hab ein ganzes Dias schwer, danke. Oh, 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 oh. Ganz, ganz ruhig, das ist schon viel zu viel für dich. Das ist schon viel zu viel, das ist gut, ne? Das ist echt. Mann! Da ist er drin. Kannst du mir vielleicht Iron geben, oder? Ich hab ein Iron. Ja. Ah! Weißt du, wieviel ich habe? Null. Komm her, ich hab hab was für dich. Diese Schubi hat sie gern. Danke, du gehst mir ja so viel weg, ey. Digga, das ist... Das ist einfach... Das ist einfach... Ah, Dias. Ja, fast ab 4, ne? Nur so... No joke, jetzt. Ach so, okay. Ich glaub, wir haben wir noch mit der Armor rum, und er macht sich schon grad einen Schaft hier. Weiß schon mal, mit wem ich klinge. Dann weiß ich schon mal, mit wem ich beim nächsten Mal nicht mehr teamen. Nein, das ist doch faire Aufteilung, würd ich sagen, oder? Ja. Und was ist dein Healing? 3. Ah moin. Was ist dein, 80? Nein. Nein, Spaß an. Eigentlich ist mein Healing nur 13, und bei mir ist er da jetzt sehr leise. Also ich seh nicht mehr, aber er war bei mir irgendwo. Da leise ich jetzt immer, ehrlich mal, einmal die Fresse halten, Alter, du behindertes Kind. Das ist voll die, das ist voll die, das ist voll die, das ist voll die, das ist voll die. Brauchst noch mal für dieses? So oder her. So oder her. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, shopp ihn, shopp ihn, alter! Er ist eigentlich gar nicht mehr bei mir. Ich hab 3, je ne? Okay. Okay, okay! Einfach so richtig ohne Freund. Und ich bin 1,2,2 auf 16 Bücher. Nicht ab 4! Aber hab ich geschafft 4! Ey, 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 ey! Ehre bei mir, ehre bei mir! Nein, Moment, guck weg, mir kein Geld. Nein, warte! Warte! Psst! Backpacking! Da leise! Da leise! Ich kann grad nicht ins Backpack gehen, wirklich! Dann critter mich direkt aus! Warte, mich hat den Halt! Nein, mich hat den Halt! Da leise, ich muss mich konzentrieren! Schuss! Ich hab Schuss, ich hab die Schuhe, die ich mir gemacht hab! Ich hab alles... Ich hab nur Proz 2... Ich hab alles nur Proz oder Haltbarkeit! Prost! Der ist hier bei mir irgendwo, Digga! Wo ist der denn jetzt? Der war grad straight bei mir! Ich hab gleich keinen Bock mehr! Da ist das scheiße! Rot! 2! Kassen 2! 2! Wollenst du aus oder was? Rot! Was? Ich hab mal grad slash Hage machen, wenn ich dann gewechselt werden... Dann hätten wir Krieg gehabt! Ja! Krieg! Ja! Der Deutsche! Bauf die! Bauf die! Bauf die! Drei Viertel! Also ich kann... Ich bin auch so... Ich hab so wie Ackerried, ne? Ich hab so wie Ackerried, ne? Ich hab so wie Ackerried, ne? Ich hab nur Crap bekommen aber auch meine Pieces! Das wird so ein RIP gemme ich mal ernst! Willkommen! Ja, du hast schon... Du hast schon... Du hast schon... Du hast schon... Du hast keine Bücher, Encharted? Ein Encharted! Achso! Oh ja! Haha! Witzig nur! Ja! Haha! Haha! Ey Digga! Er hat irgendwie mal einen Charter... Anstatt der mir irgendwie sagt, er ist ein Encharted! Bro! Ich will dich ja nicht abdenken von einem komischen Geist-Fight! Geist-Fight! Protektor! 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 Auf groß, Junge! Was willst du? Ja! Protektor! So lässt sich das Leben geben! Kannst du mir schnell Dings geben? Schade! Aber ich schwöre bei Gott bei mir ist einer! Kannst du mir mal ganz kurz, ähm... Schwanz aus und Munster aus? Und ich krieg noch Protbücher! Ja! Junge! Gib mal, Alter! Ich hab nicht einen Protb bekommen! Du Wichsknödel! Ich hab nicht alle Bücher! Wie viele Protbücher... Thema jetzt wirklich hast du? Wie viele hast du jetzt wirklich? Ah, was soll? Und dann splitten wir? Junge! Ich weiß, dass ich kann... Ich kann jetzt... Die nächste Game gerne wieder kennen wir nicht mehr so ernst. Aber ich fahre nochmal wirklich besser! Also... Wie viel Protbücher hast du? Ähm... Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Protbücher! Protbücher! 7! Ja! Dann nehme ich 3 und du nimmst 4! Davon kriegst du gar keins, weil ich dir alles an Karriere habe! Das ist halt so... Junge, dann sind wir halt direkt tot! Das ist halt so unnötig von dir! Also ich hab nichts gegen... Du bist direkt tot! Ich weiß... Ich weiß, dass ich anders weg will! Aber bitte... Bitte gib mir Protbücher! Bitte! Ähm... Warte, warte! Lass mich mal denken! Ey, Digga! Hört auf zu pranken! Wir sind einzig mit auf! Ganz ehrlich! Junge, geh doch weg hier, Mama! Mann! Mach doch mich nicht! Sag der, der gesagt hat, ja bei mir ist ein Gegner! Was passiert? 5 Minuten... Ah! Ne, warte! Wie viel denn sind es? Zwölf Minuten später ist immer noch gar kein... Enchanter! Enchanter! Schnell! Ach so ist bei dir jemand... Warte, warte! Ich helfe dir ganz kurz! Mann Mama, geh doch weg! Geht's hier, Alter! Mama, stell dich mal... Schön für dich, das ist mir egal, ob du massiert wirst oder nimmst, Mann! Was interessiert mich das denn? Mann! Ey, wie kann man so nerven, Mann? Ich interessiert mich nicht, ob du massiert wirst, jetzt! Mann, Alter! Bin ich in Cess-gefährle oder was? Alter! Ich glaube, es hackt im... im... im Rohrkarton. für mich ich weiß bitte jetzt glaube ich ja bitte bitte jetzt geht mir überhaupt nicht jetzt auf zu pranken ganz ehrlich ich habe ein habe kein propp kriegst einfach da gibt mir doch ein paar mehr digga was soll so ein scheiß eigentlich mit mir flachsen alter das jetzt noch mal fürs darf ja ich habe jemand bei mir ist jemand bei mir ist jemand ja was hast du denn hier ist shop 3 shop 3 und hier sind hier hier unsere pieces wenn ich jetzt mit dem schwert gibt mir eine scheiße jetzt rein du dummer wixer gibt meine schule ein alter danken ja danke für ein pro team hier sind schoss siegeln du wohnen können wir am arsch lecken 2 herrlich das game jetzt ja okay komm her hier ist dein herr wieder aber er gibt mir ein paar praktischer bitte ich gebe mir jetzt ein paar dings bücher bitte ich habe zu packen ab zu packen alter jetzt gibt mir noch zwei dings da hast du vier und ich hab drei digga hast du hast für krassens darf dann machen könnte jetzt gibt rein hier und hör auf zu verarschen als ist so unnötig kindisch bitte digga willkommen schuss ich auf die hose digga ich hab kein bock mehr ich habe keinen bock auf dich habe dass jemand bei dir ein gegner ist mir gibt es mir nicht mal meine meine brust zurück weißt du ich hab dir eine brust ich habe ich nicht ja so wie wir sagen wir haben sich gesehen hast du trotzdem prob ich bin ein team ich gebe gleich recht ein team junge ein team ist da wie ein halloween oder was bitte auf mich runter zu machen das spiel 0 ich habe mich auch nicht deswegen wenn sich auch nicht push wieso machst du es dann du idiot ich habe ich habe für dir ich bin mittlere bieses wort 2 ich habe mir so aus ich sage aber gar nichts mehr digga erkenne ich nix da bin ich wie ein dachs ja ja da war es was dein hier was dein hieden bitte schaub hier bock was ist dein hieden noch pack zwei bock was ist dein hieden zeigt sei bei ins backpack was ist dein hieden was ist dein hieden perfekt was ist doch alles gut okay brauchst du 22 hier im beck und sind auch zwei die erst ganz ja richtig ich habe trotzdem die anderen pieces eine schuss sich an schuss sicher auch selber die es besser ist das ja wir sind vorher an dass der kdf werden direkt verrecken ach gerade doch dings was kannst du mir noch ein platt hoch oder so hier ist entscheidende bitte fehler fall ich muss jetzt den schutz zu kommen auf die schuhe bitte schuss sicher hier ist entscheidende bitte es gibt rein es gibt rein über mich an über gott man ist eine schaffung ist eine schaffung ist gleich schon border perfekt hast du noch irgendwas bitte bitte oh mein gott ehrenmann ehrenmann es ist jetzt gerade nicht einfach passiert oder nein es hat perfekt gepasst ich liebe mein leben nein es hat perfekt gepasst hier im backpack guck da ist was für dich alter danke ich kann mir ein backpack 3 shirt machen ich hab ja scharf hier nur so btw ok ich hab ja scharf hier ach doch ist ja nicht leicht ob das schon vor 10 minuten gesagt hast aber egal ich habe mich gerade level ich war jetzt ernst wenn du stirbst du bist zum rumschreien du wirst mich so beleinigen das war zu spart ab der bruch der ist ehrlich jetzt mal bitte doch dass ich hab gleich 12 ds k expelled i so macht das fahren doch bock ich werde in den wind karen wenn du jetzt verreckst ich habe hier ich habe ich nicht raus den stärker 1 buch natürlich alle wenn jetzt doch nether on ist dann sind wir glaube ich tot noch zwei dann habe ich 12 also 12 2 gold dann habe ich die wäsche geben ich brauche zwei gold oder habe ich die wäsche geben ja zwei bitte 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 was hier freut mich gleich schon wenn ich eric ruhe an der border sie und den direkt in welten den match erst mal locker ist mir scheiß ich glaube ich sterbe ich weiß auch dein ganzes game ist mir verkackt doch mal egal oh man so ein lelex darf ich habe ich habe haflo 2 ja ich auch ja aber schlechtes haflo 2 ja ich protecte protection auf mist of the pieces aber ich habe auch ganz und weil die erfinden ich schwöre gold 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 ich habe jetzt ein bisschen kann man mit dem charter geben ich schwöre bitte ja hier ist doch drinnen der warte warte dieser dieser nice rep ist bei mir alter ich würde ja fast getät das wäre ich sowas von klippen kann man auf youtube klippen das ist doch nicht mal junge kann man auf youtube klippen und du feitest nicht mal aber gegabt war der übernahme gerade ich hab keinen bock gar nicht gebackstab zu werden ich schau auf gott ich hab sogar einmal gegabt das wird gleich bei mir gebackstab zu werden ja ich glaube ich gewinne das eher kann man so behindert so einfach wasser ich habe nur zwei hier weg weg was ich ganz schnell der wv ganz schnell also ja ich weiß es ist gleich spät 1 1 5 1 5 oder welche bettiger wenn ich verliebt ich hab aber schafft hier ich werde er die alles quick job aber ich war schon dass eric richtig krass hat weil der war war wisst ihr das geben mindestens hat die auch drei an der ersten oder egal du musst mir er hätte ich vier jährige ich könnte mir drei viertel pro zwei machen dicker video ja vier die erst hier hast du in schau wasser halter hat sein macht doch nicht so eine miese als aber ehrenlos sagt doch nicht ja ich schaffe nicht mehr mensch ab vier kappe ich habe hier was sagst du dazu wenn unser arm was jetzt weg ist egal ich kann direkt neun machen aber trotzdem hat alles heimwurst diese sie zwei sekunden ja hier im backpack du bin hat er hier alle redstone wo bist du mit den arm ausgemacht hast du vier dias dinger vier dias bitte hast du vier dias dinger vier dias bitte hast du vier dias dinger vier dias dinger vier dias dinger vier dias dinger auch ich auch ich habe ahnung verhex am armer ah vier stück bräuchte ich brauche ich brauche nämlich hast du mein leben hier ist hier ist ich habe die verbrannt wenn ich hätte ich getötet das war die die gegeben hast wo ist der entscheidung die ganze lachen aus dem autismus ja ich bin 3 4 2 brauchst du noch schossicher schuhe oder so hier weiter wir haben aus dem game noch irgendwas gerissen ich schwöre eine schonde greift wird auch die bild von der tibet und 3 sein ich bin auch die pfh wie schnell waren die ball auf einmal sag kurz sag kurz bist du bist du bist du 1412 ich komm da hin komm nach oben bei mir sind welche hinter mir ist bürger ich bin tot ich bin tot sonst nein geh weg die fressen hat die fressen hat die fressen hat die fresse 15 15 15 15 oder so 19 11 13 13 oder so direkt hinter mir aber wir laufen dann wir feiern nicht sind gut diesen richtig gut ich komme da nicht hin die sind direkt hinter mir digger ja wo sich denn sonst die sind direkt hinter mir aber ich habe gutes move und gerade ich bin bald kommt zu 11 konnte 121 die direkt hinter mir weil ich einmal auf kurz gesinnt habe die sind so gut ich habe falsch anbekommen ich habe mein leben 121 das ist das ist eric und der mail das ist also das ist es ist eric und bürgern halt aber seinen mädchen gestorben von erik 1 2 1 2 und 8 800 1 1 1 2 und 900 schnell ich bin da direkt bitte schnell direkt 1 2 900 ich bin da ja du kannst dich so langsam laufen das ist nicht mehr normal kein menschen kann so langsam laufen oder aus der hast du tils muss digga du bist behindert bin ein 2 ich habe 1 2 und 800 ich bin eigentlich ich bin ein kein 100 ich glaube aber beide kurz runter die verfolgen mich die ganze zeit die wundersöne ich wollte die ganze zeit die kann nichts machen gegen mich wo bist du ein k und 750 ich wollte die ganze zeit sie sind solche idioten aber sie mich die ganze zeit verfolgen ja ich bin auf acht gäpsel jetzt kommen wir mal an alle meter oder ganz ehrlich und bist zu behindert Ich bin ein K und 700 Ja die bleiben stehen Ja die lassen Ja die lassen Wo bist du? Warte ich bin bei 800 und 700 800 und 700 Ich hab bis dahin verfolgt die Urense Pass auf die verfolgen die gleich noch Ich hab sieben Gaps Hast du noch Äpfel für mich oder so Da sind die Biokern und C Gangster Ja komm hier zu 700 und 800 Geht zu ihnen du bist der mindeste Mensch der Welt Wenn du jetzt verreckst Wo bist du denn? 800 und 700 direkt da bin ich Dann komm und renn jetzt in der Olga Wir rennen die ganze Zeit und wenn du die einmal fightest Du wie immer bei Samu Ich bin in der cave gefallen Ja wo bist du? Wo bist du? Alter du behinderter Sag mir dann kurz So ein Hurensohn Kann man nicht sein So ein Hurensohn Sag mir nicht seine Kurz Er ist der schlechteste Mensch Sag mir doch einmal kurz seine Kurz Digga Mann ja aber dann brüll nicht wenn du stirbst Ich kann ich nichts gegen machen Sag mir wo du bist Sag mir wo du bist Sag mir deine Kurz Bitte Alter Digga sag mir deine verwurte Kurz Halt die Fresse Sag mir wo du bist Sag mir einfach wo du bist Sag mir Ich bin 700 700 Komm zu 700 700 Sag mir wo du bist Sag mir wo überhaupt Sag mir nicht Wuuu Jetzt ist das この jungen Oh mein Gott! Disconnected Connected Channel switched Buddy joined your channel Okay, an welcher Border bist du? Trotz nichts Ich auch, was, was du für's darf 3,4 pro 2 Ich auch Ich hab 4 und Birken ist an unserer Border Wie vieljenigen hast du? 9,8 Ey, wo bist du an der Border? Komm, äh, 500 minus 500, okay? Hallo? Ja, warte Sonst sind's weg Ich bin jetzt... Wir können so auf Fliebens gehen, ne? Ist nur okay Erik Ruh schreibt dich so mit ihm Team Er soll kurz... Sag seine Chords Ey, wir backsteepen diesen Nice-Rap gleich, okay? Ja? Weil der hat mit Erika Team den Heuchler Kommst du 500? Ja, und die Back, den backsteppen wir dann An dieser Erika mal 500, 500 hat Lünge über Dings erzählt Digga, welche Pieces hast du oder hast du irgendwie... Welche Dings... Welche Piece hast du nicht, Pro 2? Helm Was hast du für ein Schwert? Ich hab 3 Ich hab 4 Ich hab 4 Oh, da! Ey, mein... Ich hab mit so'n alten T-Mate von... 2 Jahren schon Bett lang geteamt Der war halt komplett scheiße, ne? Und... Hat er halt einfach nicht geheleitet Und dann war er die ganze Zeit Komm, äh, 500 minus 700... Ist du da fast? Ich bin... 600 minus 500 Komm zu 500 minus 700, schnell Wir backsteppen den, wir backsteppen den Und da ist dieser Nice Rap Wir wechseln den Komm mal Nein, aber der Solo von Erik Ich will den backsteppen, komm 500 minus 700, komm schnell Bist du gleich da 150 Blöcke Ja gut, ich auch Perfekt 500 minus 700 Ich seh'n, ich seh'n Ich seh'n, na 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 Da ist er Hier, er... Er ist direkt bei mir Er ist direkt bei mir Sag so... Da Das ist ein Mate, glaub' ich Das ist ein Mate, glaub' ich Das ist ein Mate, glaub' ich Ah, Kek! Warte, warte, komm Und jetzt... Und jetzt go 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 Backstepp, komm Backstepp, komm Bist so blöd Komm, Backstepp Du hättest ihn doch einfach nur in die Cave finden müssten Er ist so anders, ja, komm Kek, ich booste dich gleich Oh, flieg wie ein Engel Er schreibt mir, er lasst ihn Er schreibt mir, er lasst ihn Nein, wir lassen den nicht, ne Wichser, Alter Haha Er hat mal den Chat geschrieben, ne Ey, wir müssen den schnell, aber wir kriegen den, glaub' ich, ne Komm' mal Er hat keine Movement Ja, ich merk's, sogar Wir haben beide gutes Movement, egal Ich kann nicht gleich roten Kann ich nicht So, Move, wenn du Minecraft verlierst du nie Du verlierst vielleicht Aim oder so Ey, wie kann man den Aim in Minecraft verlieren? Du musst einfach nur schlagen können, ne Wund Lass ihn, das ist sein UAC Das ist nicht sein, oder? Dann werden sie beide getackelt von uns Der, der zerbiopt uns halt gleich safe, ich kreuzte Warte, ich kann Kannst du ein Stück zurückgehen? Ich kann nicht gleich boosten, Digga Warte, ich Krieg gleich nicht Alter Schön, ja, ja Ja, ja, perfekt Der haben wir nicht, glaub' ich Äh, kann ich den Kill haben? Kann ich den Kill? Nein, wir killen, ich kill den Der ist meiner, danke Ich hab drei Neun Äpfel Neun Äpfel, neun Äpfel Wir können halt durchfarm jetzt gehen eigentlich, ne? Lohnt sich nicht Äh, was, was ist dein Healing? 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 Oh nein, wir werden Tippeat Random Tippeat Komm, komm, komm rein, komm rein! Die sind drin Oh mein Gott Äh, was ist dein Healing? Was ist dein Healing? N9-1 Oh, Alter, hab ich mich erschreckt Welches Piece fehlt dir pro 2? Helm Mir auch Scheiß Egal, hier soll ich mir mit dem Prothelm Ich hab aber auch noch neun Bücher, ne? Kann ich alle entscheiden Ja, wollen wir runtergehen? Du kannst mir auch, du kannst mir auch noch eins gegen... Immer auch kurz eins Hast du ein Envil? Geh, geh mir auch kurz ein Buch Pass mal Geh mir auch kurz ein Buch Ja, hab ich Alles gut Hast du noch einen Heilm, einen Proth1-Helm? Ja, meinen hab ich halt, aber Ja Mach ich mir kurz neun Hm Sieh, hier ist ein Vollrend Komm, wir müssen sie fighten, Alter, Digga Warte Haha, wir haben die gegildet, die Wunder Äh, die sind die Wichser weg, Alter Ey, gib mir mal ein Buch noch, gib mir mal ein Buch, Alter Da hab ich da... Ich hab neun Bücher eingelegt Wo? Da unten? Ja, kannst du mir mal so ein Enchanterkuss? Wo ist die... Wo ist die 880 Bücher? Ja, ja Und jetzt bitte Proth, gönn einmal Effizienz, ja man Hast du mal leben? Komm Ich hab jetzt noch 18 Bücher, ne? Was ist dein Heating? 9-1 I'm Prehand Ja, ich hab 10 Gaps Ja, Prehand und dann rein in der Olga, ne? Ja Mein Fühl-Protz-Fall Komm, wir suchen jetzt in 100, 100 irgendwelche Randoms gleich raus, okay? Ja, hallo Hallo Fuck Ey, wir müssen auf Clean gehen, ne? Ist das NoClean? Echt? Äh, ist es NoClean oder nicht NoClean? Ist es Es ist kein NoClean, also Hä, war klar, war es NoClean, war da eben noch NoClean, war aber also mal kurz Lol, ich werd... Ja, das Clean ist mir scheißegal, ne? Da kenn ich gar nix Wenn der auf dem Halben gewinnt, ich werd ihn direkt killen The Truth mit Diviner zum ByteTrack, ne? Ich brauch unbedingt, ich brauch unbedingt mit der WM Team Diviners Mit ByteTrack Ich, Digga, ich brauch unbedingt, äh, Dings hier, Kills Ich brauch irgendwelche guten Stats, guck mal Ich hab, wurde ja jetzt eben Endband auf dem Account wieder, ne? Warum? Ja, du weißt, ein Vollspin war doch Oder hast du den auch? Nein, wieso? Kann ich ja nicht mal, glaub ich, entkaufen Ich auch Oh, moin Habe ich auch Haste, ich hasse dich, Kekke Komm auf diesen Server her, in allem Bitte Weil ich, ich war drei Tage gebannt, dann hab ich den, hab ich aufgemockt beim Haus Und er hat mich per Ammer gehauen Weil ich Eintipp mit Fulbra 3 gekillt hab What? Das sind Däcke Die sind random Wollen wir die fighten, weil die waren, weil die warme Nether Ja komm, ich hab, ich hab, ich hab hier, ich kann hier, ich krieg droppen Ich schiele, ja komm, ich schiele die, ich hab nix Warte, wer ist das? Die hafen uns nicht, kann das sein? Warte, äh, ist nix, nix, nix Was machen wir? Wir haben gar nix Warte, es liegt da Liegt der hinter Wollen wir drauf gehen? Wollen wir drauf gehen? Wollen wir drauf gehen? Wollen wir drauf gehen? Wenn wir die haben, haben wir halt gewonnen Okay komm Die sind komplett anders deckt, die sind komplett anders deckt, den komm mit anders deckt Ich stopp, mein, ich stopp, mein, ich stopp, mein Alter, mein, das stört mich Überlebt, ich stopp, mein Pass auf, du wohnen Pass auf, du wohnen Pass auf, pass auf Ich so alles, mein, der ist richtig schleiße, der meiner Ey, wir, die haben, wir Ey, wir werden halt, wegen halt, autophilig sterben, ich wollte Ey, ich stopp, mein, ich stopp, mein, überlebt besser Ich hab nicht gehebt, tot Biss, biss ich Ja, ich bin tot Nein Ich kann nix machen Nein, 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 nein Oh, der haben mich grad noch so weg Der heckt rein Der eine hatte, schau, kannst du kurz was back, back, back machen? Ey, der eine hat, 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 schau, vier, hat mich aber so gedroppt Mit Speed, keine Ahnung Und jetzt habe ich halt nen nice drop gesagt, das war halt dumm Dann hätt ich mit dem hier ziehen können, Digga Ja, und? What? Kannst du mich noch kurz backen? Ja, ich kann jetzt nicht mehr backen Ach, doch, du kannst backen, du kannst wieder nachschauen Solo Ey, du musst mir schnell zum Team besorgen, Digga Ehrlich jetzt Aber schreibe einfach solo und ich Ja, kann ich, die verfolgen mich, die sind direkt hinter mir, Digga Auch und haben Speed So was soll ich denn gegen die machen? Willst mich flaxen Da ist das Border, da ist das Border Ich muss schnell 100 Stunden auf dem Jahr Ich würde random tippen, ich lieb mein Leben Ich bin out of, ich bin out of Solo, 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 alter Hier baut sich einer runter, du kannst einmal eins noch mit ihm gehen Wo, wo, wo? Was kost Nex 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 Die Tutschen rein, alles, oh Gott. Ich bin Out of... Ich bin Out of, Digga. So ohne Nüch, Wallah. Da sind wir ein Viertel. Ja, wo, wo, wo? K-k-kicks weg, k-kicks weg weg weg. Ich fällte zwei, ich fällte zwei, ich fällte zwei, ich fällte zwei, ich fällte zwei. Nein, 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 nein. Das ist nicht... Das kommt wieder kapiert! Oh, dann, ich bin die Gegenteil. Gott... Ey, Digga, das ist nocking, die raffen hast du schon ab? Vielleicht du Hurensohn, Alter, ich werd alles burnen jetzt, Digga. Nee, ist mir scheißegal, da ist solche Fotzen-Gang-Kinder Ah, Digger, ich hab gar keinen Bock mehr auf das Spiel, schau Gott Das ist By-Tricks gewesen, Digger, was macht der, du Hurensohn, Digger, ich fick deine Mutter, Alter Der sagt mir truesten mit dem, ich fick deine Mutter, du Bastard, Alter Kek, du sagst, truesten mit dem, der tritt mich aus, der Hurensohn Ja, ich, ich, vielleicht wussten die nicht, dass ich mit der Mutter MSG, By-Tricks Jo Dachte, du truesten, truesten mit Kek Enjoy Ach nee, Mark, die Weiner teamt gar nicht mit By-Tricks Hä? Aber die waren doch eben bei Norde Ja, Digger, das ist so lächerlich, ich krieg nie Kills ab Es ist, es ist so lächerlich, das macht gar keinen Spaß, das Game, ich geh jetzt auf den Geräum nicht mehr online, das macht gar keinen Bock, Digger Tricks-Game, Alter Schau Gott, das macht keinen Spaß Oh, du sputschst du, du Kaminak Oh, du sputschst du, du sputschst du, du sputschst du Da geht, das darfst du, du sputschst du, du sputschst du, du sputschst du E chI Oder Dad Ich bin jlow Du sputschst du, du sputschst du, du sputschst du, du sputschst du Vielen Dank. 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 Vielen Dank.